Jetzt und so kommt er mit freundlicher Unterstützung von Jamf. Now, ihr könnt Macs, iPads und iPhones damit verwalten, egal wie groß die Geräte sind. Auch neue Geräte sind immer sofort unterstützt. Ihr 1, 2, 3 von den Geräten kann man leicht unter Kontrolle behalten. Aber was ist mit den ganzen Apple Devices in der Arbeit? Wenn euer Geschäft wächst, dann wächst auch der digitale Zoo von Geräten und das macht es ein bisschen schwieriger. Mit Schwein, mit Hase, Känguru. Eure Firmendaten schützen und Geräte eben auch sperren oder auslöschen von überall aus. Exterminate. Genau. And if the device comes back, you can reactivate it very easily. Roll me back. Ihr braucht keine IT-Experience in der Firma, sondern das machen die für euch. Ihr könnt euer Geschäft absichern mit den ersten drei Geräten dauerhaft gratis. Jedes weitere geht dann los bei nur 2 Dollar pro Gerät pro Monat. Ihr geht auf jamf.com slash spitz. Das ist jamf.com slash spitz. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So. So. You've been targeted for provisioning. Also auf jeden Fall, ähm, lustiges Spiel. Raten aus, welche Sendung ein Spot kommt. Relativ offensichtlich diesmal.